Du, und zack, das, was sie uns da strafrechtlich vorwerfen, kannst du dir das irgendwie erklären? Weil ich meine, ich kann, ich kann einfach irgendwie seither überhaupt nimmer schlafen, weil ich schon an mir selbst zweifle und das Gefühl habe, ob ich irgendwas vergessen habe. Aber ich hab dir doch nie irgendwie, wir haben doch nie einen Auftrag gegeben oder wir haben doch nicht einmal über Inserate und sowas geredet, oder? Ich hab doch nie gesagt, du sollst der Beinschab jetzt irgendwelche Aufträge geben. Ich finde das so, ich lese diesen Akt und denke mir, das gibt's ja nicht. Wie kann man das behaupten, oder? Ich weiß ja nicht, ob ich jetzt schon alles vergessen habe. Nein, aber das ist eben das Schlimme, dass die ja ihre eigene Geschichte zusammenbauen. Also es ist ja zum Beispiel auch so lustig, diese eine Geschichte, die da drin ist, mit diesem, der Kern als Pizzabote oder so. Das war zum Beispiel damals was, das hat den Schelling, hat die Geschichte nicht nur fasziniert, die hat ihn auch total beschäftigt, ja. Und der wollte dann unbedingt wissen, wie das bei den Österreichern ankommt, ja. Aber sag einmal, welches kranke Hirn kommt darauf, dass ich das beauftragt hätte im Jahr 2016, wo der Schelling Finanzminister war? Und weißt du, also, mir tut's eh leid, für dich auch, keine Frage und so. Ich find nur, ich find nur so skurril, wie kann man sagen, ich hätte das beauftragt? Oder ich hätte das angestiftet? Das verstehe ich irgendwie nicht. Na ja, das mit dem Anstiften, das ist ja zum Beispiel irgendwie etwas, was, ich kann dir das nicht konkret beantworten, weil das immer etwas Abstraktes ist. Und da nehmen sie so Gesamtzusammenhänge her, aus denen sie sich das ableiten. Und ich bin ja zum Handkuss gekommen bei einer ähnlichen Sache mit dem Löger in der Casino-Geschichte. Ja, da haben sie gesagt, ich bin der allmächtige Casino, also der allmächtige Generalsekretär im Finanzministerium. Und jeder weiß ja, dass der Löger so schwach ist. Und ich hab den Löger gesteuert, dass er diesen großen Deal macht. Ja, das ist ja total abenteuerlich, weil da frag ich mich dann auch, wie kann man auf das überhaupt kommen? Es gibt ja keinen Anhaltspunkt. Ja. Ich meine, ich hab das jetzt, ich hab das jetzt wirklich dreimal selber gelesen. Und ich denke mir einfach, wie kommt man auf das? Und dann denke ich nach und gehe in mein Hirn und alles. Und ja, natürlich, du hast mir immer erzählt, irgendwie mit dich antläuft's so. Und du kennst die Journalisten und hast mit allen geredet. Aber du hast mir wahrscheinlich, ich hätte mich nicht daran erinnern können, aber wahrscheinlich die eine oder andere Umfrage geschickt. Ja, aber dass ich im Jahr 2016 gesagt hätte, jetzt stellst du da irgendwelche Rechnungen aus und gibst irgendwelche Inserate. Also ich find's einfach so eine Frechheit, dass man mir das unterstellen kann. Ich könnte jeden Tag irgendwie explodieren. Ja, ja, und das ist das Schlimme an denen, weil die bauen sich ihre eigenen Geschichten zusammen, ja. Und dann ziehen sie allmögliche Leute hinein, ja. Das ist dieses Abenteuerliche, ja. Und ich kann da leider bei dieser Anstiftung, ja, also wie gesagt, also wie die auf sowas kommen, das kann ich dir nicht beantworten, ja. Sie sind, wenn du dir den Akt durchliest, dann machen sie immer Gesamtzusammenhängen. Und zum Beispiel, das ist ja das Nächste, ja. Der Frischi und ich hätten das alles nur gemacht, um dir zu helfen, ja. Vor allem, was ich spannend finde, den Frischi habe ich ja damals nicht einmal gekannt. Also, das ist ja irgendwie echt. Und dann tun sie irgendwie so, als hätte der sich so irgendwie den Job organisieren wollen. Und dann gibt's aber Chats, dass der gar nicht den Job bei mir annehmen wollte, ne. Und sie haben alle Chats zwischen uns und aus keinem der Chats geht hervor, ich habe dich zu irgendwas angestiftet. Und sie erfinden es einfach. Ich meine, was für uns wichtig ist, also wird am Ende des Tages, also für uns jetzt hier, die, die im BMF betroffen sind, aber da gehe ich davon aus, dass der Pascali das alles wirklich ordentlich verbucht hat, ja. Also das hoffe ich wirklich. Aber kann das sein, dass die Bandschab irgendwen gelegt hat, weil Österreich sagt ja, dass die alles bezahlt haben bei der Bandschab? Die Bandschab hat ja, glaube ich, was sie gemacht hat, ist, die Sachen teilweise doppelt verrechnet hat, ja. Die hat uns Sachen verrechnet und dem Österreich verrechnet, ja. Und hat dann gesagt, ich mache euch das und bringe das in die Zeitung und hat es dann zweimal verrechnet. Das wird ja alles noch ein Thema werden, ja. Ja, nur da wird es ja für mich dann spannend werden, was ich an Informationen halte, was wir dann einfach auch kriegen. Aber das wird eine totale Rechnerei werden, wieder welche Studie zu welchen Preisen wie verrechnet wurde und so weiter. Ich habe mich um diese Dinge ja nie gekümmert. Ich habe mit ihr regelmäßig geredet, jetzt nicht so oft wie andere, also Pascali und der Frischmann natürlich viel, viel öfter, ja. Und ich habe dann gesagt, ich hätte mal gerne das und schauen wir uns das einmal an. Aber ich habe mich nie um Rechnungen oder um irgendetwas gekümmert in den Zusammenhang. Na, ist diese ganze, diese ganze Geschichte ist ja totaler Wahnsinn, dass die uns da was Strafrechtliches draus drehen, vor allem nachdem sie den Feiermann freigesprochen haben, ja. Der damals ja am Ende des Tages sogar noch gezwungen hat, die ASFINAG zu inserieren, obwohl die ja überhaupt keinen Markt für irgendetwas haben, ja. Und hier sagen sie jetzt, ein Ministerium habe eine ministeriumsfremde Person gefördert, weil es einen größeren Tatplan gibt und für das nehmen sie den Kern und das Mitterlehnerbuch. Ich meine, das ist so schräg, ja, das, das. Na, vor allem, was mich in diesem Zusammenhang wieder so aufregt ist, ich habe ja nicht einmal in meinem eigenen Ministerium selber die Inserate vergeben, sondern immer mich bemüht, dass ich das nicht machen muss und solche Dinge überhaupt nicht diskutieren muss, weil ich mit dem nichts zu tun haben wollte. Und jetzt unterstellen sie mir, ich hätte gesteuert, was im Finanzministerium für Inserate vergeben werden, als hätte das Schelling oder du oder sonst irgendwer oder weiß nicht. Die Abteilung oder wer auch immer dort sich das von mir sagen lassen. Das ist ja irgendwie absurd, da geht es ja nicht. Ja, das ist völlig absurd, ja. Und dann noch, wie hat alles, was wir gemacht haben sozusagen, also jetzt für Hilfe für dich, ja, und das beste Beispiel sind immer diese Geschichten, dass du Budgeterhöhungen gekriegt hast. Das war damals mitten in der Flüchtlingskrise, ja. Dass wir ganz generell mit dem Außenamt ganz gut zusammengearbeitet haben. Ich meine, das war ja selbstverständlich und was ganz Normales. Ja. Ich meine, das war ja selbstverständlich.